Drei Gipfel gleich hintereinander, gewissermaßen gleichzeitig. Warum ist das, damit man sich schnell dort vor Ort treffen und abstimmen kann? Ja, das ist ziemlich einmalig, dass man das heute so macht. Aber man sieht jetzt mehr als jemals in den letzten Jahren, wie wichtig sozusagen die USA für Europa sind und wie wichtig der Schutz der USA für Europa sind. Wir haben ja dann immer früher, die Europäische Union hat sich getroffen und hat über eigene Verteidigungsbereitschaft oder so gesprochen. Jetzt sieht man, wir haben überhaupt keine Verteidigungsbereitschaft. Erstmal kommen jetzt die Amerikaner, erst mal kommt Joe Biden, sozusagen als wichtigstes NATO-Mitglied. Und dann stimmt man sich jetzt erst mal mit den Amerikanern ab, was man jetzt in so einer existenziellen Bedrohungssituation macht. Und dann danach gibt es den Gipfel von der Europäischen Union. Und da gehen natürlich alle schon auch von den Amerikanern gebrieft rein, damit das, was die Europäische Union danach beschließt, auch irgendwo in der Gesamtstrategie des Westens sich in dieser Linie befindet. Also eine Gesamtstrategie des Westens ist ja jetzt auch ganz wichtig in Bezug auf diese neue Finte des russischen Präsidenten, der jetzt gesagt hat, also Ölo-Gas gibt es nur noch gegen Rubel. Können die westlichen Länder nicht machen? Sie würden ihre eigenen Sanktionen damit unterlaufen. Das heißt, da muss eine gemeinsame Reaktion her. Gibt es da eigentlich noch was anderes, als einfach Gas und Öl handzudrehen? Schwierig, nicht mehr viel. Und Deutschland ist natürlich in der schwierigsten Position. Weil Deutschland hat ja gesagt, okay, wir tun alles, was geht. Aber, Klammer auf, wir haben leider eine völlig absurde, dämliche Energiepolitik gemacht, zehn Jahre lang unter Angela Merkel. Und können leider nicht aufhören, Geld an Russland zu zahlen und diesen Krieg zu finanzieren. Also ehrlicherweise muss man ja sagen, Italien steht da sogar noch schlechter da. Aber ist es jetzt tatsächlich vorstellbar oder bleibt uns noch was anderes übrig, als zu sagen, dann eben nicht? Man muss auch sagen, Polen steht noch schlechter da. Aber Polen sagt, es ist uns egal, wir machen es trotzdem. Das muss man auch dazu sagen. Und ja, jetzt ist halt die Frage von Deutschland, was ist wichtiger, Innenpolitik oder Außenpolitik? Oder kann man das überhaupt so trennen, wie es Deutschland gerne macht? Können wir wirklich, wenn ein Diktator mit Nazi-Methoden über Europa herfällt, sagen, ach, jetzt ist unsere Wirtschaft uns aber jetzt erst mal wichtiger? Natürlich wird es richtig harte Folgen haben. Aber natürlich muss man sagen, Deutschland hat es nicht anders gewollt. Zehn Jahre lang waren die Warnungen von allen Ländern, von allen Ländern, Osteuropa, USA, Großbritannien. Bindet euch nicht so sehr an Russland. Jetzt stehen wir da als Bittsteller. Wir sagen, bitte, bitte, lasst uns Putin weiter Geld geben. Nur jetzt, wo es gegen die Sanktionen geht, die schon beschlossen sind, hat das natürlich viel schwieriger durchzuhalten. Jetzt weiß ich nicht, was heute passiert. Vielleicht hat man noch mal eine Idee, wie man Deutschland irgendwie noch mal mit mehr Gas von irgendwo anders her helfen kann. Aber sinnvoll scheint langsam nur noch ein Importstopp oder zumindest eine krasse Drosselung zu sein. Aber Deutschland steht jetzt heute da nackt. Nach zehn Jahren verfehlt der Russland-Politik. Und ist da jetzt vielleicht die Regierung nicht ehrlich genug? Denn es ist ja jetzt schon viel zu hören von der Bevölkerung, auch in Deutschland, zu sagen, die Regierung soll jetzt nicht noch mitverdienen an den höheren Spritpreisen. Wir brauchen da Entlastung. Und für viele scheint auch gerade das größte Problem am Ukraine-Krieg zu sein, dass jetzt man selber mehr fürs Tanken und Heizen bezahlen muss. Muss nicht die Regierung sagen, das ist eben der Preis dafür? Das muss ich sagen. Traut sie sich aber nicht. Nein, das traut sie sich nicht. Wir sagen das schon lange. Ich sage es auch jeden Tag. Und da werde ich dann zumindest von 50 Prozent der Deutschen immer dafür verdroschen, dass ich das sage als Kriegstreiber und jemand, der sich da zu leicht macht. Die anderen 50 Prozent sagen, genau so ist es. Wir müssen da ehrlich sein. Ja, es ist ein schönes Wunschdenken, in das sich die Deutschen hier flüchten. Aber wir sind jetzt in einem existenziellen Problem. Und wenn das die Regierung nicht mal zugibt, dann finde ich das wirklich schwach. Der Einzige, der es wirklich halbwegs zugibt, ist Robert Habeck, der ein aufrechterer Politiker ist mit Herz. Der sagt, okay, wir haben Mist gebaut, wir versuchen es besser zu machen. Aber der Bundeskanzler, der immer nur hinter seiner Maske rumschmunzelt, in dieser Lage, in dieser historisch katastrophalen Lage für Deutschland, das ist indiskutabel. Ja. 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 Ja.